Wobei die Erde Gamer-Ingenieurs! Herzlich Willkommen zum achten Part von Donkey Kong Country Tropical Freeze Jo! Wir werden uns gleich mal angehen und so mit Handkäse und Radfahrze oder wie das... Ja, Radfahrze heißt Au! Das war jetzt meine Tastatur Ja, im letzten Part habe ich mich ein bisschen über einen Geheim ausgewundert Jetzt klärt sich das Ganze Und Squawks verrät mir auch, dass hier gleich mal ein Bonusraum sein muss Oh ne! Ok, gut, ist nicht mal der Heftige Sag mal, wie dumm bin ich eigentlich? Ok, da zahlt sich's nicht aus, am Leben zu bleiben Ich werde mich einfach töten Oh nein! 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 Das tun die jetzt nicht ernsthaft! Oder? Ich befürchte doch Die Raketenfässer! Oh, wie habe ich sie gehasst! Vor allem mit dieser beschissenen Steuerung! Wie soll ich denn das jemals hinkriegen? Hm? Alter! Ok, gut! Das geht ja noch, ja? Ok, gut! Es sind immerhin nur 5 Also ich habe das Gefühl bei Lohrenleveln Sind's generell nur 5 Aber egal Es ist schlimm genug Aaaaaah! Oh! Ok, ja! Immerhin die Puzzleteile Das ist schon mal ganz gut Ok, gut! Das war schon mal gut, dass ich jetzt gestorben bin Immerhin Ja, gut! Es war nicht unbedingt das Beste, was ich hätte machen können Aber aus der Situation heraus schon Weil wenn man nämlich Kong vom Checkpoint nicht geschmissen hat Man bekommt es nicht hinterher geschmissen Das kann man vergessen Ah, das ist ein bisschen sehr schwierig Kann das sein? Ja, 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 ja Das ist schwierig Alter, das ist schwierig Vor allem ich bin's noch aus DKCR gewohnt Oh, fuck! Das Let's Play kommt ja erst 2017 Ah, da will ich mal nichts spoilern Aber ich bin die Steuerungselemente aus DKCR noch mit dieser V-Mode gewohnt Alter Egal Vergiss es! Das Ganze ja gar nicht hinkriegen Oder Die wollen mir ernsthaft erzählen dass man das hinbekommen kann Okay, äh, schon mal verkackt Oh, Mann Ey, Alter Das ist schwierig Alter Was ist jetzt los? Egal, das Puzzleteil hab ich geholt Und Zwei ist sogar Die mega heftig waren Oooh Fifferstいて ich doch einfach was ist was habt ihr den gerauch alter das was die aus der designabteilung gefressen haben das hätte ich gerne und verdünnt okay allerdings wenn ihr das unverdünnt nehmen dann habe ich ein problem da wir ein leben gewesen aber schwer er habe immer nicht aber wie oft ich hier fehle das ist ja furchtbar schreibt man mal in die kommis ob ihr da auch so verkackt habe ich oder nicht oder ob ihr da mehr skill bewiesen habt ja ja man Mann Komm, 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 komm Du schaffst das Was? Oh, achso Immerhin, wir haben unsere Leben zurück Oh, fuck War das heftig Im Übrigen wird jetzt das Let's Play zu Zelda Ocarina of Time bald fortgesetzt Nächstes Wochenende bin ich leider nicht da Aber ich werde trotzdem dafür sagen, dass ihr die Parts bereits sehen könnt Allerdings werdet ihr darüber nicht informiert Ich würde sagen, wir machen heute sogar noch den Boss, wenn sich das ausgehen wird Luftschiff Romantik Wie üblich Den Chicken-Nagel-Verschnitt nehmen wir mit Werden wir brauchen Hilft nicht Die Bonusräume habe ich mich jetzt tatsächlich entschieden nicht nochmal zu zeigen Ja, bringt sowieso nichts Was man dann bekommt, wenn man alle Puzzleteile findet Ja, werdet ihr dann eh sehen Also man schaltet halt die Bilder frei Das ist halt gerade für mich wichtig Weil ich ja da zu diesem Zeitpunkt, wo ich das zeigen werde, mein Fazit abgeben werde Und auch neben den Credits Das werde ich zu diesem Zeitpunkt machen Vielleicht kann Marc auch mit dabei sein Garantie kann ich euch leider keine geben Möglich wäre es ja eigentlich schon War ja Okay, gut Daher es ja eh nur 5 gibt Ist jetzt nicht so schlimm Geht halt eigentlich um folgendes Und zwar Ich werde ja mit ihm Jetzt dann Die Die Tempel machen Daher mir die ja zu schwer sind Ob er zusagt Ist eine andere Frage Aber ich denke Eigentlich schon Er ist ja eh Er der Fan von solchen Spielen Zeug ist mehr so der Shooter-König Kommt da nichts Okay Okay, aber das wäre übelst fies Wenn ich hier Okay, gut Ah gut, okay Das passt schon Okay, links ist es schon mal nicht Was auch immer Squawks hier gerade sieht Was ich hier nicht So Sehen Schein Oder was ich hier Scheinbar nicht sehen kann Ist dieses sehr Offensichtliche Fass Moment Ich gehe mal kurz Nach vorne Ja, weil mit dem Fass Ist es definitiv leichter Ja, jetzt sieht man es gut Puh Ah ne, nicht schon wieder der Ach komm Den hatten wir doch Gerade Eben erst Wenn ich jetzt runtergefallen wäre Das wäre es gewesen Habe ich auch Also bin ich aber nicht Boah, alter Okay, gut Ja, ich freue mich schon Ehrlich gesagt Auf das nächste Together mit Mark Also er hat vermutlich In den meisten Galaxy Spielen Also Das heißt Oh ne, jetzt habe ich gespoilert Ich wollte ihn eigentlich In den Galaxy Spielen Auch mitnehmen Sag mal, wie sollst du das denn Also Dafür musst du halt wissen Dass die Plattform dort nach unten fährt Ach du Scheiße Ach so Ich nehme an Die Schrauben sind gefährlich Ja Lass mich raten Ja, ne Ja, komm Aber das sieht ein Blinder Was ist ein Bonusraum Ja, bei dem kann man wenigstens nicht sterben Komm schon Einfach mal durch Na, geht doch Na Ja, so machen wir das Ich finde die Leben bekommt man hier Wenn man nicht gerade irgendwie Irgendwelchen Asi Scheiß Zuregeln bekommt Regelrecht ein wenig hinterher Geschmissen Zwölf mal Fünf Bananen Das sind 60 Au Ja, mein Genick Ja, mal schauen wo das jetzt hinführt So lange habe ich tatsächlich nicht gebraucht Ich hätte mir ja nicht vorgestellt Ich hätte mir ja nicht vorgestellt Dass ich ein wenig länger brauchen würde Oh fuck, ich habe keinen Sklox mehr Ja Ja Ja, da muss ich mir natürlich einen holen Immerhin Ich habe mal ein paar Level abgeschlossen Ohne dass ich ein Puzzleteil Äh Nicht gefunden habe Das ist mitunter auch ein wenig besser Weil die ja dann Äh Aus der Wertung wegfallen Heißt Die muss ich ja nicht extra suchen Ja, ich gebe ja mal wieder Vier Stück oder so Weil ich möchte eigentlich auch zusehen Dass ich die zwei wichtigsten Partner Immer im Inventar habe Sollte ich mal keinen Cranky in der Welt haben Und den Parchen gestartet haben Ja, ist zwar nicht so geil Aber was soll's Normalerweise bin ich ja eher nicht so der Schisser Der dann Gleich einen Kong herbeiholt Das hört sich aber irgendwie nach einem Loren Level an Wenn mich jetzt ja fragen würde Aber ich kann mich natürlich auch irren Und den einen Secret Exit aus Welt 2 Den müssen wir auch noch finden Okay, hier gibt's ein Walfass Geile Secret Leute Hier gibt's ja wieder 5 Ich glaube jetzt haben sie es langsam kapiert Wie viele man da will Gibt's da irgendwas Wenn man die öfter spielt vielleicht Nö Nein Egal ok gut das wäre sowieso ein bonusraum ich dachte man braucht vielleicht diesen einen spinner hier ok das ist eh der am chilligsten mit dixie zu machen ist ja genau gleich und runter da also keine zwei minuten ja und schon haben wir das zweite puzzle teil von insgesamt fünf wie ich sehe oder ja ich war nur kurz am nachsehen also ich war kurz zum nachsehen ob ich mich nicht verziehen eigentlich habe ich weh gedrückt gehalten was soll's das kam wir an denen kann man auch immer wieder abschätzen wie weit man denn schon im spiel tatsächlich fortgeschritten ist einfach mal abchecken ja wie viele buchstaben hätte es schon gegeben oder wie viele habe ich ich glaube ich lasse mich da mit absicht jetzt treffen also ich muss zu sehen dass ich es wäre geil wenn er sich an kanten festhalten könnte aber das bringt er ja nicht was zur hölle das verstehe ich jetzt nicht ja jetzt spiel ich schon jetzt muss es gehen na toll jetzt hätte ich es geschafft warum wusste ich auch bitte kommt schon dass wir jetzt hinkriegen ok ich muss leider den boss in den nächsten part reinpacken ich bin geradezu dämlich dass ich überhaupt mal irgend ein level hinkriege ja dann wird das nächste also der nächste part erst boss time ja 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 was ja egal verschenkt und mein t-shirt riecht nach erdbeeren oder himbeeren keine ahnung warum ach doch 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 ich habe vorher im bier sirup auf mein t-shirt gekleckert und okay schön langsam könnte das team mal wieder vom klo zurückkommen das ist die strafe dafür dass ich gesagt habe warum muss warum habe ich jetzt gehen da zeigt es mir mein skill mal wieder kam schon diesmal ohne einen fehler bitte wir haben ungefähr die hälfte des levels das ist schon mal nicht gut da oben irgendwas so abgekottet und weiter geht's okay alter manche leute haben echt skill in solchen sachen hilf up dixi bitte kein kanonenbonus ach du schwarz lassen wir mal die plattformen einfach so zerbrechen online ja ging doch aber die musik hier finde ich geil ich habe nicht darauf geachtet ich konzentriere mich halt mehr aufs spielgeschehen okay und das war übelst verkackt dämlich ich habe keine ich habe mir genau das war passagen hat sich ja wie die preis da haben wir 15 5 war das ist schon was verpasst denn das level mag ich nicht ich hoffe es den part war jetzt irgendwas zum rausschneiden und und drüber und jetzt und normal und drauf ja ok das ist nur eine münze und irgendwie schaut vielleicht auch nicht unbedingt jeder nach okay da verstehe ich aber nicht wo das problem ist weil das sieht jeder blinde idiot dass da der boden einbricht das ist irgendwie für mich unverständlich wir haben jetzt 4 von 5 ja nein die xy nicht fliegen ab boah man Egal 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 Boah Mann Hohohoho Ach du Scheiße Ja und ich hab's irgendwie geschafft mit Kabel zu überfahren Natürlich auch geil Dass du dann so um den Scheiß Sessel rumlaufen musst Nur um das blöde Kabel damit rauszukriegen Oh fuck Ja Leute wir sehen uns das nächste Mal bei DKCTP DKCTP Entschuldigung Was Moment das prüfe ich aber in dem Part noch Ist mir jetzt ganz egal dass der schon 28 Minuten lang ist Das ist ja K-Level Ach so Ich dachte da gibt's den Secret Exit Den gibt's gar nicht Und ich dachte ich hab da mega viel verpasst Egal Wir sehen uns das nächste Mal Hau bei der Gamer Engineers Bei der Gamer Por uns Da have wir sagen auch Untertitelung des ZDF, 2020